Mich macht nachdenklich, wie streng es verboten ist, über die Gegenwart nachzudenken. Überall. Ich hab das immer wieder erfahren. Mich widern die Kulturkritiker an, die Literaturkritiker. Mich widern diese ganzen Kritiker an, diese Arschlöcher zweiten Ranges. Ich bin so oft aus das Wort Besprechung gestoßen. Machen Sie eine Besprechung. Besprechen. Als ob man irgendeine Krankheit bespricht. Man bespricht irgendwas. Besprechen. Warum könnt ihr denn alle nicht mehr richtig genau sehen? Mit all eurem ganzen Körper. Warum könnt ihr das denn nicht mehr? Frauen, Ärzte, Priester, Politiker, Soziologen, Psychologen. Alles dieselbe Mischpoke. Dazu kommen noch Rockmusiker und Filmstars. Die gleiche Mischpoke. Alles ein einziges Vormachen. Und was machen sie vor Fummel. Fummel und Fetzen. Eine Einzelheit. Ich ging an einem kleinen Bach vorbei. Und in diesem kleinen Bach hat eine Betonröhre gemündet. Und aus dieser Betonröhre floss Blut. Die wilde Gelbheit der Sumpfdeuter Blumen. Die abgewrackte Schaubude der Gegenwart. Eine miese Schaubude, wo immer nur Boxkämpfe und Kämpfe aufgeführt werden. Oh, und die Kämpfe sind sehr subtil. Das weiß ich auch. Die Sinne werden furchtbar gematert. Die werden überall durcheinander gebracht. Das finde ich gar nicht gut. Marlene, das finde ich nicht gut. Ich finde das nicht gut. Was würde denn dabei rauskommen, wenn ich mehr Wortschatz hätte? Wenn ich mehr Wörter wüsste? Was denn? Da würde ich immer nur dasselbe sagen können. Nämlich das, was da ist, das ist so primitiv und doof. Das zerstört überall nur im Kopf und das Gefühl. Und das Gefühl ist viel besser als der Kopf. Und ich weiß auch, dass das Gefühl immer durch den Kopf immer wieder in Verzwängung gerät. Was wollt ihr mich denn belehren? Ihr wollt mich belehren? Ihr über eure Realität? Mein Gott, ihr habt nur Wörter zur Verfügung. Euer Gott sind Wörter. Das ist aber nur ein Locust-Papier. Wollt ihr denn alle schlafen? Wollt ihr mal weiter schlafen? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020